Moin Moin Pyros und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal eine große Fächerbatterie von Tropic in F3 und zwar ist das die BF48S2-5002. Das ist eine große Fächerbatterie mit einer NEM von 830,4 Gramm. Es sind insgesamt sechs Reihen, immer doppelt geschossen. Einmal mit Mainz am Boden und einmal Bouquet am Boden. Branddauer sind keine Ahnung zehn Sekunden in etwa. Wie gesagt, ich habe mal eine kurze Final-Batterie und hier wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Zündung. So, die Tropic Pro Fächerbatterie. Bis zum nächsten Mal.